Dieser gebrauchte Ford S-Max steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen viertürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 148.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2008. Der BEM besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Kurvenlicht, Navigationssystem, Alufelden, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 175 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,7 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017